World Underground Wrestling Denkst du mich an, gell? Ja, man kann 13 Jahre... Ja, das ist... Macht's das einem 8 noch! Kann eh keiner von euch! Was kann keiner tun? Ja, aber der Popsch ist unterwegs und das ist ja kein Schädel, der sich stört. 5, 6, 7, 8, 9, 10! Jetzt! Bei 11 geht's haben wir! Hoppala! Alle viele kommen erst bei 100 da zu zahlen, wie so ist. Hoppala! Schmul! Schmul! Habt ihr mich gerade geschlagen? Was hittbar denn? Da ist er! Hey! Ja, ja. Oh ja, ja. Hoppala! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja. Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Auf die Kleinen, oder schieß? Ja, ja. Ja! Hallo! Alter, Hugo, pass doch auf! Ich weiß noch nicht, wo dein Haus wohnt. Gib ihn, Bruder! Ich glaub, der weiß doch, wo dein Bett schlafen. Geht's aber rein! Die Talga! Nichts, dass du hörst, leichter du mein Bier! Alter, da! Mann, du darfst ein Talga! Ich glaub, das soll jetzt auch noch nicht sein Sonnenbrück. Na, verdammt jetzt hier! Hallo? Das macht der Kapsel noch in Thailand. Hoppala! Kraft hat auch dazu noch nicht. Das ist Kawa-Jugger! Ja, oee! Es gibt kein Kawa! Es gibt noch immer kein Kawa! Austin oder K.O.? K.O. gibt's. Submission oder Knockout? Knockout? Ja, zähl! Achso, dann zähl nicht, aber auch nicht. Oh, da zähl doch! Treff auch, zähl! Was willst du? Achso, ja, warum? Ich will schon wieder dir. Ich will dich haben! Wieso, was will ich nicht? Ja! Ich will dich haben! Ich will dich haben! Was heißt, der will mich haben? Ja! Wuscht! Da zähl! Das geht mir nix! Hörst, ey! Das ist okay! Ich will dich haben! Hörst! Hörst! Wie ist der Liesch! Hörst! Hörst! Ich glaube, der ist das stärkste! Hörst! Hörst! Eins, zwei, drei, vier, der bleibt liegen, fünf, sechs, Jugo-Somcha-Kondi, sieben, der steht noch nicht. Das war's für mich. Ja, wir gehen. Aufkommen, aufkommen, wir kommen. Nichts, nichts gibt's. Ja, gibt's nicht. Gleis vorbei. 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 Was ist das? Gleis, geflogen, ein bisschen Gleis. Wir sind so weit bei der BWE. Pauliert nicht, geflogen. Hey, hey, hey. Ja! Referee! Referee! Das war illegal! Was wollte ich schon wieder sagen? Das war ein Abschumor! Sie schreit da durch die Ge... Das war eine absolut illegale Aktion! Das musst du sehen, da musst du eingreifen! Und du musst den Gegner verwarnen! Ja! Und jetzt musst du dem Aktion! Jetzt hör mal! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Ocht! Echt! Neun! Zehn! Sieben! 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 Spannende! Rundfunkrogramm